So, Smartbeachtour Köln. Nach den Spielen muss man auch pfeifen. Henk und Walle. Seht ihr auch mal, wie das so geht? Gut, ihr seht, hier ist alles unter Kontrolle. Der Sebastian guckt auch mit, weil das sind eure Gegner kleinig, ne? Die Gewinner hier raus. Es ist so weit. Prüsener Rieke haben gegen Henk und Walle. Der Wind ist hier auch. Okay, dann müssen wir abbrechen. Warte, den nehmen wir noch mit dem Pass. Wenn sie muss, ja. Oder wenn sie, wie zu sagen, wenn sie mit raus. Aber die habt ihr, wenn sie gegen euch spielen, ne? Bist du eine Katze? Die habe ich, ja. Wie geht's denn deiner Lauf-, deiner Katze auch, aber deiner Lauffähigkeit? Kein Problem. Ist ja heute wieder mit Springen, ne? Ich spiele ja auch acht Spiele am Tag. Okay. Im Rollstuhl. Und jetzt haut raus. Ja, voll. Unter dem FIFA-Fahrer. Und jetzt, zwei, drei, 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 und der hat ihn. Ich spiele das zusammen. Allesassauro. Ein keeping? Tatsächlich ist uns ausscheinlich.